Künstliche Intelligenz, KI, bezeichnet die Entwicklung von Maschinen und Software, die menschenähnliche Intelligenzprozesse nachahmen können. Sie umfasst Bereiche wie maschinelles Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache und Computervision. KI ermöglicht es, Systemen aus Daten zu lernen, Muster zu erkennen und Entscheidungen zu treffen, ohne explizite Programmierung. Sie wird in vielen Branchen eingesetzt, von der Automatisierung in der Industrie bis hin zu personalisierten Empfehlungen auf Online-Plattformen. Die rasante Entwicklung der KI hat das Potenzial, zahlreiche Aspekte des täglichen Lebens und der Arbeit zu revolutionieren. Trotz ihrer Vorteile gibt es auch Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf ethische Fragen und die Auswirkungen auf Arbeitsmärkte und Privatsphäre. KI bleibt ein bedeutendes und wachsendes Forschungsgebiet. Der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz, KI, ist eine der bedeutendsten technologischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts. Seit den frühen Tagen der Computerwissenschaften hat sich KI rasant weiterentwickelt und umfasst heute eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, darunter maschinelles Lernen, Robotik und Sprachverarbeitung. Diese Fortschritte haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, kommunizieren und leben, verändert. Unternehmen setzen KI zunehmend zur Automatisierung von Prozessen und zur Verbesserung von Dienstleistungen ein. Gleichzeitig haben technologische Durchbrüche wie neuronale Netzwerke und Deep Learning die Leistung von KI erheblich gesteigert. Der Aufstieg der KI birgt enorme Potenziale, wirft jedoch auch Fragen zur Ethik, Datensicherheit und den Auswirkungen auf Arbeitsplätze auf, die weiterhin intensiv diskutiert werden. Die Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz, KI, sind tiefgreifend und verändern zahlreiche Aspekte des Lebens und der Arbeit. KI-Technologien verbessern die Effizienz in Bereichen wie Gesundheitswesen, Transport und Kommunikation, indem sie Daten analysieren und präzise Entscheidungen treffen. In der Medizin hilft KI beispielsweise bei der Diagnose von Krankheiten und der personalisierten Behandlung. Gleichzeitig bringt der Einsatz von KI Herausforderungen mit sich, wie Arbeitsplatzverluste durch Automatisierung und Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und Datensicherheit. Außerdem stellt die KI ethische Fragen, etwa zur Verantwortung von Maschinenentscheidungen. Während KI enormes Potenzial für Innovationen bietet, erfordert ihre Integration in die Gesellschaft sorgfältige Regulierung und Überwachung, um sicherzustellen, dass sie zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird. Künstliche Intelligenz, KI, kann eine kraftvolle Kraft für das Gute sein, wenn sie zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen eingesetzt wird. Durch den Einsatz von KI in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Umweltschutz und Bildung können weltweit positive Veränderungen erzielt werden. Im Gesundheitswesen ermöglicht KI eine frühzeitige Diagnose und personalisierte Behandlungen, was zu besseren Ergebnissen für Patienten führt. Im Umweltschutz kann KI zur Überwachung des Klimawandels und zur Entwicklung nachhaltiger Lösungen beitragen. Ebenso kann sie in der Bildung eingesetzt werden, um den Zugang zu Wissen zu verbessern und personalisierte Lernmethoden zu entwickeln. KI für das Gute erfordert jedoch eine verantwortungsvolle Nutzung und ethische Überlegungen, um sicherzustellen, dass die Technologie allen zugute kommt und keine schädlichen Auswirkungen hat. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz, COI, birgt enormes Potenzial für Fortschritt und Veränderung in vielen Lebensbereichen. KI wird zunehmend in der Medizin, der Automobilindustrie, der Landwirtschaft und vielen anderen Sektoren eingesetzt, um Prozesse zu optimieren, Entscheidungen zu unterstützen und innovative Lösungen zu entwickeln. In der Zukunft könnten KI-Systeme autonomer werden, was zu einer noch engeren Integration in unser tägliches Leben führt. Es gibt jedoch auch Herausforderungen, wie die Notwendigkeit, ethische Richtlinien und Datenschutz zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI wird entscheidend sein, um die Technologie verantwortungsbewusst und effizient zu nutzen. Die Zukunft von KI hängt von unserer Fähigkeit ab, ihre Entwicklung zu steuern und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die ethischen Überlegungen zur künstlichen Intelligenz, COI, sind von entscheidender Bedeutung, da diese Technologie zunehmend in unser Leben integriert wird. Ein zentrales Thema ist die Verantwortung für Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden, insbesondere in Bereichen wie Medizin, Strafverfolgung und Finanzen. Es stellt sich die Frage, wie man sicherstellt, dass KI-Systeme fair, transparent und unvoreingenommen arbeiten. Datenschutz und die Frage, wie persönliche Daten verwendet und geschützt werden, sind ebenfalls kritische ethische Themen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die mögliche Arbeitslosigkeit durch Automatisierung und die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es ist daher wichtig, klare ethische Richtlinien zu entwickeln, um die Entwicklung und den Einsatz von KI zum Wohle aller zu gestalten und Missbrauch zu verhindern. Es gibt viele Möglichkeiten, mehr über künstliche Intelligenz, KITI, zu lernen und sich aktiv damit auseinanderzusetzen. Eine gute Grundlage bieten Online-Kurse auf Plattformen wie Coursera, IDX oder Udacity, die von Universitäten und Fachleuten angeboten werden. Auch das Lesen von Fachbüchern, Artikeln und wissenschaftlichen Publikationen über KI erweitert das Wissen. Wer sich tiefer mit der praktischen Anwendung von KI befassen möchte, kann an Hackathons oder offenen Projekten teilnehmen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Darüber hinaus bieten viele Communities und Foren wie Reddit und GitHub Austauschmöglichkeiten mit anderen KI-Enthusiasten. Schließlich kann es hilfreich sein, an Veranstaltungen und Konferenzen teilzunehmen, um von Experten zu lernen und sich mit der KI-Community zu vernetzen.